Hallo und willkommen zu den Sport- und Spieltipps der Sportstudie in Rheinland. Heute habe ich das Spiel Papierweitwurst für euch vorbereitet. Dafür braucht ihr einfach nur ein einfaches Diener-Vierblatt. Diese Spielidee habe ich aus dem Praxishandeln Familiensport im Sportbund Rheinland. Hier gibt es noch ganz viele weitere Spielideen zum Nachmachen. Nun ist eure Kreativität gefragt. Das Ziel ist es, dieses Stück Papier so weit wie möglich zu werfen. Also entweder ihr zerknüllt es zusammen und werft dann, oder ihr baut einen Papierflieger, oder was euch noch so alles einfällt. Ich nehme die Variante, das Stück Papier so einer Kugel zuvor. Mal sehen, wie weit diese Kugel fliegt. Hier könnt ihr natürlich auch verschiedene Varianten ausprobieren und schauen, welche am besten sind. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.